5...4...3...2...1... jetzt rastet alle auf die mobs aus mit der das ist kleiner steht ja das war glaube ich mit einer gell naja das bleibt noch macht es macht links ja eben was deine da richtig gut kommen jetzt hürde die bevor das nächste kommt gleich kommen doch mal hier drei sekunden jetzt kommt es nicht wunderschön sagt ja jetzt kommt das hellfire hier nicht mehr kuschelt gleich bitte alle beim boss und dann können wir mit bubble die fesseln direkt bauen wir keine cds ziehen alle im blauen kreis das erste hellfire mache ich dann das gleich weil ich immer noch cd ready habe guck das wie schlimm bleibt mit dem auslaufen er ist da au irgendwie der zweites tat euch ein bisschen orientiert euch wieder am kreis in der mitte weil kaffee müsst ihr nicht rein lauf 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 3, 2, 1 Ad ist weit hinten In range vielleicht als erstes kicken Je nachdem Na, Fenix, hold your head, add Fenix, add 18 Sekunden, nixen kann ich wieder machen Augen! So, verteilt euch 4, 3, 2, 1 Wieder zusammenkommen, Sterling, wir fressen Reich Ja, Tyrion, kommt's auch aus So, nur Jadaventur Jadavent Er stackt das wieder schon zu hoch auf 7 Hellfire Wer zieht? Dein Hymne Lektor Ist raus So, es müsste, glaub ich Ne, noch nicht Gleich kommen wieder Augen Bin mir nicht sicher, welche Augen es sind Er müsste empowered sein Ja, ich mach drauf Fesseln kommen gleich, lasst euch nicht kicken Cool Ne Ah ne, ist nur noch die kleinen Mach die kleinen Augen Mach die kleinen Augen Fesseln Erst die Augen voll töten und dann spielen wir die Fesseln Ah, fuck, 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 fuck Augen sind weg Nein, nein, da ist noch eins Lauf, lauf Auf mich verspottet Wett, du was Ich ziel revival Ja Den einmal durch Oh, so hot ist da noch Holt ihn raus Ja Auf, lauf, 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 lauf Was sagen, wenn wir einen übersehen, bitte Da kann ich reden, das ist das Problem Fesseln 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 Lasst euch nicht kicken In die Mitte Erst die Augen spielen, dann die Fesseln Geht für jeden Ja Verteilt euch Eins Geht dann schnell zum Medea Geht auch, Medea Er ist wieder da Lief das Ad weg Egal, es ist Medea stellst du Totem? Ja Der Spell bei euch? Ja, genau Spell, es stellt beide Totem, Spirit und Ding Ich glaub Spirit nutzt du sonst nie irgendwie Kommt hier nix wirkliches 3 2 1 Gerion von Zoros Auf Empowered Auge Verteilt euch wieder Geht euch Leute, bitte Nächste Hellfire mach ich Hilfe Wieder vorkommen Macht lieber nicht Das ist Hellfire, bleibt ein bisschen weg Kommt das noch? Ja das kommt noch vielleicht ein roh wenn du hast und versucht nicht in die tanks und tanks passt auch dass wir in keinen rein rennt holt die seelen aus feuer schön rauslegen jetzt einfach sauber spielen ich hab ihm da wieder ready so hat kannst du bitte mal war ja noch eine jetzt kommt ernte wir hatten cd einer noch nicht weil wir dann müssen sie ebenso in ruhe hochbein ich habe ein paar nicht in range weil sie das hier nicht zu uns ich habe dich im target jazir so jetzt kommt gleich auge spielt das auge steht verteilt und tötet es los und wer kein auge hat kann schon mal anfangen hier sehen zu sorgen ich ziehe beim nächsten mit ihr hast du cds ready nein wir dann ziehe ich beim nächsten mal dinge die die lera ausseelen sind weg die fucking sex ist so ernte die was auch dass ihr jetzt einfach nicht nicht weg sprengt bitte 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 nur nicht sterben mit der ich bin da und meli ist weg wer ist alle hoch die du grad kriegst dann alle aus der range geht auf das auge schnell der priester hat glaube ich ich habe schon auf lektor habe schon auf lektor kaufte nimmt an ja ich habe den richtigen moment abgewartet vorstelle aber wieder raus 45 sekunden haben wir ein cd der mal spirit link in die milis bitte auge und macht das auge spirit link ja ich habe auch schon Ich bin bei nur in 6, ich krieg keine mehr. Zehn Sekunden. Sind alle weg, alles gut. Kommt mal zusammen. Na fuck. Scheiße. Und tötet ihn einfach. Zieht auf den Boss. Schaden auf den Boss. In 10 Battle Rest auf, keine Ahnung, auf Jade. Hast du CD ready? Ähm, nicht wirklich. Ich hab in 15er Macht. Wettler, ich sterben brauch ich. Wen jetzt beehren? Mich. Kapier. Kapier. Aufpassen. Jawoll, der Wot, der Wot, der Wot. Geht euch. Geht euch. Einfach ruhig weiterspielen. Ja. Geht doch. Boah Leute. Geht seit dem Legendary. Echt? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meiner Endcard. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch bitte unten ein Abo. Und ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen, wenn euch das Video wirklich gefallen hat. Damit ich weiß, ob ich alles richtig gemacht habe. Neben mir findet ihr noch ein paar Links zu meinen anderen Kanälen. Und unten findet ihr natürlich ein aktuelles Video von meinem Zweitkanal. Ähm, ja, die restlichen Sachen wie Social Media und so werde ich euch in den Kommentaren verlinken. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ja. 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 Ja.